Musik So, schönen guten Tag, ich bin der Nikolas Brux aus Hamburg. Wir sind zu einem verlängerten Wochenende, sind meine Frau und die Kleine hier, sind wir hierher gekommen. Eigentlich passionierte Sylt-Urlauber, aber diesmal haben wir gesagt, zum ersten Mal versuchen wir einmal Amrum aus. Freunde haben es empfohlen und ich muss sagen, wir sind platt. Die Insel ist gigantisch, das Wetter, ein Traum, tja, und das Meer und der Strand, das ist alles einmalig. Und wir werden auf alle Fälle wieder hierher kommen. Und vielleicht das schönste Erlebnis war, dass wir heute Vormittag einen Böllerwagen uns geholt haben. Meine Frau und ich, die Kleine, hat ihn ausgesucht. Wir sind zwei Achse hinten, eine Achse vorne und wir sind ewig lange am Watt lang, haben Wattwürmer geguckt, haben die Seemöwen angeguckt, haben das Meer uns angeguckt. Und das Schöne ist, wir haben ganz, ganz wenig andere Menschen gesehen. Wir haben nur eine Tour genossen und es war einfach großartig. Es hat Spaß gemacht. Die Kleine, auch wenn sie nicht hinguckt, hat Muscheln gesammelt. Es war ein wahrer Traum und es ist sehr, sehr schade, dass wir morgen Nachmittag uns wieder gen Großstadt, gen Hamburg auf den Weg machen müssen. Also das Meer im Allgemeinen und die Nordsee im Besonderen, das ist es, das was ich großartig finde. Und es ist diese Weite, es ist diese Natur, es ist diese Luft, es ist die Kombination aus zu sich selber kommen, Es ist diese Kombination aus Einssein mit Natur, das ist eine großartige Geschichte und das findet man eigentlich nirgendwo so schön wie hier an der Nordsee. Und deshalb, egal wo ich leben werde, Nordsee ist immer gesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017